Die Show ist vorbei, zurück auf eurem Mann. 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 Ich hab's kapiert, Lara, du bist kaputt. Genau, kaputt. So, wenn's so kaputt ist. 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 Okay. Dann hol dir deine erste Hilfe. So, wenn's so kaputt ist. So... Entschuldigung. Na, mach schon. Stell dich nicht so an. Du brauchst jetzt die erste Hilfe. Du wolltest erste Hilfe und findest ein Feuerzeug. Au. Au. Warum? Au. Ja, das ist Schmerzhaft, wenn man sich alles hier... Oh. Okay, Lara. Wir müssen Sam retten. Cool. Oh. Roth, hörst du mich? Roth! Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steig immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Ach, meine Güte. Ach, meine Güte. Nach Nein. Die Outsiderin! Jaaa! Okay. Okay, okay, wo sind noch? Okay, okay, okay. Wir machen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich sag ja, wir schaffen das. Ähm, wir plündern jetzt hier erstmal an. Das sollte einiges an Material geben, um uns aufzuwerten. Ja, okay. Hier, kann man hoch, okay. Funktion. Pfeiler brauchen wir keine. Okay. Den haben wir. Die haben wir. Hier drüben sind noch. Okay, wir haben jetzt über 900 Bergungsgut. Ich glaube, wir können ein paar Sachen aufwerten gehen. Gucken wir uns das mal an. Sturmgewehr. Waffenmodifizierung, Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Okay, sehr schön. Wir haben ein neues Gewehr freigeschaltet. Wir können unsere Fähigkeitenpunkte verteilen. Mir hat der Ausweichskill gefallen. So, und dann gehen wir auch schon in die Waffen. Da haben wir einiges. Da ist unser neues Sturmgewehr. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken. Am Bogen haben wir mittlerweile alles ausgebaut, wo man ausbauen kann. Die Schrotflinte ist sehr teuer. Wir benutzen sehr oft das Gewehr. Ja, wir werden jetzt hier den Schaden er... Wenn ich denke, wir gehen da nochmal zur Handfeuerwaffe. Und holen uns da noch. Gewehrt an Feuermodus mit drei Schusssalven. Ja, das nehmen wir auch. Damit haben wir mich jetzt an der Handfeuerwaffe auch erstmal alles... ...verbessert. Jetzt fehlen jetzt noch zwei Sachen bei der Handfeuerwaffe und alles bei der Schrotflinte. Ähm. Okay. So. Das war von mir auch schon wieder. An diesem Lager. Und wir können weitergehen. Ähm. Ich muss jetzt so erstmal... So, okay. So, ich sehe jetzt erstmal nichts. Wo mir jetzt sagt... Hierher. So, von wegen Tagebuch oder Geocoaching. Wollen wir mal gucken, ob wir die Munition noch brauchen? Nee. So, ich weiß nicht, ob wir die Munition noch brauchen. Irgendwer sagt mir, dass da nochmal Gegner kommen. Uhhh. Uiui. Uhhh. Uhhh. Uhhhh. Das ist knarrt, als wäre da über mir jemand gewesen. Mann, da ist alles als knarrt, dass alles hier so ein bisschen... Ich möchte jetzt hier gerade den erhöhten Punkt ausnutzen. Bewegung! Los! Sie sitzen auf alle! Obstellt sie! Sie kann nicht mehr hin. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Oh mein Gott, das waren viele. Ich weiß, es war jetzt grad ein bisschen ruhig bei mir geworden, aber... Seht's mir etwas... Das waren grad sehr, sehr viele Geg- Also, für meinen Geschmack und... Jetzt können wir die alle plündern, aber wieder jede Menge Birgungs- Wir haben ja gesehen, das kostet halt alles 3, 4, 500. Pfeile sind mal voll, Munitionsumme anscheinend auch voll. Ah, da hatten wir noch... Und dann... Die Tür aufhebeln! Die Tür aufhebeln! Die Tür aufhebeln! Um... Okay, und wie komm ich dazu, um den Stoff zu ver- ... 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 momentan nicht mehr. Ich denke mal, wir werden erhöhte Schussfrequenz... ja, wir werden die Schussfrequenz unserer Schrotflinte erhöhen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR